Die im Gastro-Bereich auf kerzenprofi.de angebotenen Stumpenkerzen gibt es in verschiedenen Größen. Das beeinflusst die Brenndauer. Die kleinsten Kerzen haben beispielsweise eine Höhe von 8 und einen Durchmesser von 5,8 cm. Sie brennen rund 17 Stunden. Die größten sind 25 cm hoch und knapp 8 cm breit. Sie erreichen Brenndauern von 125 Stunden. Natürlich lassen sich die Stumpenkerzen problemlos häufiger anzünden. Die Bolsius Stumpenkerzen sind in Weiß und Elfenbein erhältlich. Weitere Farben gibt es bei den Kerzen der Marke Richard Wenzel. Diese verfügen zusätzlich über die patentierte Safe Candle Technologie, wodurch die Kerze erlischt, bevor sie komplett abgebrannt ist. Alle Kerzen sind frei von zusätzlichen Duftstoffen, sodass ihre Gäste nicht vom Essen abgelenkt werden. Die Kerzen sind RAL-zertifiziert, das heißt ihre Inhaltsstoffe und Dochte sind überprüft und die Kerzen zeigen einen sauberen Abbrand. Außerdem sind sie frei von Palmöl und tierischen Fetten und tragen damit einen Teil zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei. Unsere Stumpenkerzen eignen sich hervorragend für die professionelle Gastronomie. Unter dem jeweiligen Produkt finden Sie übrigens noch einmal alle Details zur jeweiligen Kerze. Wissen Sie eigentlich, dass Sie als Gastronom beim Kerzen-Pufi Spezialpreise erhalten? Registrieren Sie sich auf kerzenpufi.de als Gewerbetreibender und anschließend sehen Sie in Netto ausgeschriebene Händlerpreise. Zusätzlich gelten spezielle Händlerrabatte. KÖZIE 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 Vielen Dank.